Joachim Ringelnatz, Kuddel-Daddeldu Seemanns Gedanken übers Ersaufen Ich sterbe, du stirbst, er stirbt. Viel schlimmer ist, wenn ein volles Fass verdirbt. Aber auch wir wollen erst ausgetrunken sein. Besauft euch bei Zeiten. Alle Flüssigkeiten finden sich wieder ins Meer hinein, wo wir den Schwämmen gleich sind, wo uns nichts gebricht, weil wir weich sind. Und wenn man in eine Leiche sticht, sie fühlt es nicht. Wird mich nie mehr acht Glasen wecken, will ich gerne den Fischen wie Hackfleisch mit Rührei schmecken, weil das mit Sinn so geschieht. Denn die haben gewiss nicht vergessen, wie viel Schollen wir in uns hineingefressen. Nur bei den Würmern im Sarge ist ein Unterschied, wenn uns der Haifisch beim Wickel kriegt. Das müsste mal einer malen. Was da wohl alles so unten beisammen liegt? Zerbrochene Schiffe, Krebse und Apfelsinenschalen. Frisch ersoffen also und nicht gejammert, aber natürlich auch nicht zu übereilt. Wer sich nicht tapfer noch an die letzte Handuhle klammert, der ist im Leben nie um die Horn geseilt. Ein Schuft, wer mehr stirbt, als er sterben muss, aber muss es sein, dann nicht schüchtern. Ersaufen ist auch ein Genuss und vielleicht wird man dann nie mehr nüchtern. Denn nur über das Fleisch und die Knochen weiß man was offenbar. Aber sonst habe ich noch keinen gesprochen, der richtig ersoffen war. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017